ja es ist ein bisschen ist komisch mit dir deutsch zu sprechen ja es ist komisch auf dieser auf dieser auf meiner eigenen facebook page live zu sein aber es macht so viel sinn weil ich ja meine meisten freunde aus der schweiz hallo barbara die meine meisten freunde aus der schweiz haben da die chance zuzugucken deswegen haben wir beschlossen dass wir dieses video hier in deutsch und auf meiner privaten timeline machen werden weil wir euch super gerne etwas erzählen möchten ich möchte gerne alle leute herzlich willkommen heißen auf diesem facebook live und wir werden wir wollen euch etwas erzählen über unsere neue rooted love workshop und wir gehen das live in der schweiz machen hallo julia nishit i'm sorry you cannot understand anything i'm sorry wir gehen es in das haus von priskas eltern machen wir haben das da eine sehr große sehr schöne studio wohnung wohnung und das ist eine sehr große große raum mit einer sehr schöne sehr großen karten und wir sind in die nähe von von schöne walter und da ist auch eine sehr fabelhaftes strom wie hier ein fluss fluss der die sense und ja wir gehen sehr schöne sachen machen da wir gehen ich sehr viel erzählen und unterrichten über über die liebe und wir brauchen auch schamanistischen tools und wir gehen viel erzählen über neurologischen und psychologischen einflussen ja das ist der der liebesgefühl kann kann beeinflussen ja und wir möchte gerne dass wir da sind acht plätze für leute und das sind schon drei sind dreieinhalb eigentlich und wir haben noch vier und ein halb platz so wann sie interessiert bist wann du interessiert bist dann möchtest du gerne kannst du uns eine mail schreiben da kannst du eine private nachricht schicken ja das ist wirklich gut gemacht danke julia schreibt das ist super cool grüß die von kathrin und melanie und kathrin hallo ich wünsche mir offensichtlich sitzen die zusammen gerade wünsche mir auch dabei zu sein aber heuer nicht werde mir aber zukunft für euren nächsten mit tweet urlaubstagen sparen ah wie cool ist das denn julia das ist natürlich ganz ganz cool eben natürlich sind nicht nur menschen aus der schweiz eingeladen sie ist jeder mensch hier eingeladen eben wir werden auch dass es mit deutschland ist es auch nicht so weit das ist auch nicht so weit weg genau wir werden dann der ganze workshop wird in den englisch stattfinden ein bisschen englisch ein bisschen deutsch und wenn ihr überhaupt kein englisch versteht was kann ich einen ganzen workshop auf deutsch führen das geht nicht so zu kompliziert fliehen explodiert dein kopf denke ich mir nach irgendeiner gewissen zeit aber wir müssen es probieren auf alle fälle wenn du aber gar kein englisch verstehst ist es absolut kein problem ich bin ja da ich kann da übersetzen übersetzungs hilfe leisten also wirklich die chance für euch jetzt die die immer denken nein machen die videos in deutsch und ich möchte jetzt endlich mal verstehen worum es geht das wäre wirklich euer workshop und der workshop ist nicht nur für 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 couples ist couples menschen paare danke menschen in einer beziehung sondern auch wenn du single bist bist du von herzen willkommen bei diesem workshop wo es wirklich darum geht auch mal die selbstliebe also bei sich selbst hinzuschauen zu gucken was ist bei mir gerade aber eben auch um diese dinge diese tools zu lernen nicht nur die liebe in dein leben einzuladen sondern sie eben dann auch zu halten das ist nicht eben so einfach so ein so ein schnelles verliebt sein und dann ist wieder weg sondern wie können wir wirklich eine beziehung gestalten die dann wirklich auch von dauer ist ja es geht schon auch über manifestieren und über kommunikation über die 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 a reductionstiles Enterprise genau die wie das media excited die Menschen die 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 in die 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 down缆 die die wie das bide auch mit ich kann ich kann geheim fortschrologie meine nach klammert und der andere, der immer alle auf Abstand hält und wie man eben diese Dinge in eine Balance bringt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also eben, wir bringen wirklich psychologische Tools rein, neurobiologische Tools rein oder auch Theorien rein. Schamanistische. Wir gehen auch sprechen über die Archetypen. Ja, genau, die verschiedenen Archetypen der Liebe. Die Sprachen der Liebe ist natürlich auch ein großes Thema. Und weil wir beide mit einem sehr, sehr, also spiritueller Hintergrund haben und beide auch uns sehr spirituell, also auch spirituell, ich mag das Wort eigentlich schon gar nicht mehr, aber weil wir sind alle spirituell, ob du jetzt an den ganzen Esokran glaubst oder nicht, wir sind alle spirituell, aber eben, wir haben uns ja auch in einer Meditation eigentlich kennengelernt und gefühlt und gesehen und gespürt. Also wir haben uns auf einer energetischen Ebene zuerst gespürt, bevor wir uns eigentlich in echtem Leben getroffen haben. Und deswegen können wir diesen Teil nicht auslassen, weil das von uns ein so großer, ja nicht ein Geheimnis, aber so einfach die Secret Source ist, dass es wirklich der Geheim, eben nicht die Geheime, die Zutat ist, die wir ja gebraucht haben, um uns kennenzulernen. Ja, und ich möchte immer sprechen über grounded, gegründet? Geerdet. Geerdete Spiritualität. Geerdete Spiritualität, ja. Das ist ganz wichtig für uns. Also wir sind sehr, wir sind mit beiden Füßen auf dem Boden hier und deswegen auch Schamanismus ist ja auch ein sehr, sehr geerdet, es geht ja darum, in die Verbindung zu gehen, nicht nur mit den Visionen, sondern eben auch mit Mutter Erde. Und deswegen werden wir ganz zum Schluss auch am dritten Tag, das ist ein Dreitages-Workshop, werden wir am dritten Tag auch raus in die Natur gehen und da ein Ritual durchführen. Schlussritual. Genau. Also wir haben alles gedacht und eben auch essenstechnisch meine Eltern, es wird eben im Elternhaus, also von meinem Elternhaus stattfinden, wo auch meine Eltern noch wohnen. Eigentlich ist es deine Großeltern. Ja, genau. Also es ist mein Elternhaus, aber das meine, es hat zwei Wohnungen, es ist ein Mehrgenerationenhaus und ich bin im oberen Teil aufgewachsen und unten waren meine Großeltern zu Hause und da die jetzt im Alter sein sind, alle beide, haben meine Eltern diesen, ja, diesen Raum, diese Wohnung umgebaut und das ergibt sich jetzt wundervoll für solche Anlässe. Und unsere Eltern, unsere Eltern, meine Eltern, werden euch auch verköstigen, also im Sinne, ihr werdet nicht zu Mittagessen mitnehmen müssen, sondern ihr könnt dann auch, bei uns ist es ein Teil der ganzen Geschichte, dass ihr dann auch da essen könnt. Und wir haben eine Gäste, wir take care of, wir sorgen auch für Tee und Kaffee und Obst. Genau, Snacks dazwischen. Sehr gesund, es wird vegan gegessen, sorry, bei mir geht es nicht anders. Und etwas ganz Einfaches, aber eben, das ist auch alles alles inklusive, was du musst dir da nicht noch Gedanken machen. Du kannst wirklich dann diesen Ort genießen. Du kannst draußen, also wirklich, ich habe auf der Website, wenn ihr drüber geht, auf loverelationship.com slash workshop, findet ihr auch ein paar Bilder von dem Haus, wo ich aufgewachsen bin und meine Eltern haben einen wunderschönen Garten. Also wenn es das Wetter zulässt, im Juli könnt ihr dann da auch unterm Apfelbaum sitzen und eure Aufgaben erledigen und vielleicht können wir da auch sogar unterrichten, je nachdem vom Lernpegel her. Auf alle Fälle ist es wunderschön, das fühlen wir beide schon. Die Flüge sind schon gebucht, also wir werden es auf alle Fälle durchführen. Und ja, es sind noch viereinhalb Plätze frei. Es können nur acht. Und wir haben schon dreieinhalb Platz weggegeben. Ja. Und halb ist jemand, der sich überlegt. Und das sind alle Frauen. Ja, wir wollen Männer. Das ist super, das ist sehr Hammer, aber es wäre auch schön sein, wenn der für die Balance auch Männer kommen. Ja, das wäre ganz cool. Also Männer in der ganzen Geschichte hier, haben wir Männer, die deutsch sprechen. Ich sehe keine. Das war Daniel Wild, I thought. Daniel Wild, der ist weg. Der ist weg. Wenn er hier war, ist er geflüchtet. 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 Steve Smith. Steve Smith doesn't speak. I'm sorry, Steve. Aber auch wenn du Männer kennst, dann kannst du die auch einladen. Oder den Link durchschicken oder etwas. Genau. Geerdete Spiritualität, sehr schön gesagt. Anika Peace. Das freut mich. Ist Anika da? Hi Anika! Wir haben euer Brot gebacken heute. Auf Topic. Wir sind große Fans von euch. freihoch3.com. Schaut alle vorbei. Wir sind riesengroße Fans. Ähm, genau. Hat jetzt aber nicht so viel mit unserem Essen hier zu tun. Äh, mit unserem Essen. Sie haben mit Essen zu tun, aber das hat nicht mit unserem Workshop zu tun. Ich denke schon wieder ans Essen. Ähm, genau. Also wenn ihr noch Fragen habt, bitte lasst es uns wissen. Äh, stattfindet das Ganze vom 4. bis 6. Juli. Ja. Mittwoch bis Freitag. Geht leider nicht anders, weil, äh, next, also wir müssen dann wieder zurückkriegen, weil die Kinder dann wieder eine Woche bei uns sind und deswegen geht das nicht anders. Deswegen müsstet ihr euch freinehmen, wenn ihr arbeitet oder ihr müsst einfach Ferien haben. Ja. Oder so. Oder, oder selbstständig sein oder keine Ahnung. Ihr werdet sicher einen Weg finden. Es wird immer einen Weg geben, wenn dann Wille ist. Wie gesagt, es wird in Englisch, Deutsch, also hauptsächlich Deutsch stattfinden und in einem sehr, sehr kleinen, intimen Rahmen. Ähm, ja. Das ist es. Das ist das. Ich glaube, dass wir alles gesagt haben. Ja, und sonst eben, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, bitte einfach unbedingt melden. Wir freuen uns riesig, um das zu antworten. Hallo von Bergli. Hoi, Katrin. Thanks for love. Katrin, du musst auch joinen. Du musst auch kommen. Du musst auch kommen. Ja. Das wäre, oh, das wäre cool, wenn Katrin und Lodi. Ja. Oh, love you too, Annika. Okay. Ähm, that's it. Ja, that's it. I think. Glaube ich auch. Glaubst du das auch? Das ist so komisch, dir Deutsch zu sprechen. Ja. It feels like talking to a stranger. Er ist schon neu, mit ohne Bart, wie ihr sehen könnt. Ich vorgestern. Hat er den plötzlich spontan abgeschnitten, ne? Ich hatte einen Schock meines Lebens. Ich hatte den noch nie so gesehen. Und jedes Mal, wenn ich ihn küsste, noch jetzt habe ich immer das Gefühl, ich betrüge Boss, weil es sich so anfühlt, als wir richtigen neuen Mann zusammen. Und jetzt auch mit Deutsch sprechen. Das ist ganz neu. Very new. Ganz schräg. So. Also. Es ist alles gesagt, denke ich. Hallo Bettina. Hi, hi. Wir haben jetzt gerade abgeschlossen. So kann ich dir das Replay angucken. Ich würde mich natürlich auch riesig freuen, durch dich dabei zu haben, Liebes. Ähm, ja. Wir haben geschlossen. Wir haben geschlossen. So. Danke für das Anschauen. Und wir hoffen, dass wir euch in der Schweiz treffen. Ja. Schweiz übrigens, das ist bei Bern. Mittelhäusern heißt das Kaff. Da bin ich aufgewachsen. Aber irgendwie findet alle Details, findet ihr auch Übernachtungsmöglichkeiten, die es gibt. Und wenn ihr auch noch, by the way, wenn ihr Probleme habt, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, wenn euch das Hotel nicht zusagt, dann könnt ihr mich auch kontaktieren, kann ich mir noch mehr Gedanken machen, was es für weitere Möglichkeiten gibt. Ähm, ja. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unklarheiten habt, wenn es noch Dinge gibt, die irgendwie auf der Website nicht beantwortet sind. Ich habe so eine Q&A-Liste aufgeführt mit Fragen und Antworten. Ist übrigens alles Englisch, die Website. Wenn es da auch schon hart bei dir, ähm, wir haben es einfach auf Englisch gemacht, weil unsere Website in Englisch ist und wir Englisch sprechen normalerweise. Ähm, aber wenn du eh das nicht verstehst auf der Website, dann lass es uns bitte auch wissen, dann kann ich dir da auch sehr, sehr gerne behilflich sein. Ja. Schlaf wo? Schlaf wo? Kaff. 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 Es ist jetzt Kaff. Das ist ein Kaff. Das ist ein Kaff. Das ist ein Kaff. Das ist ein Kaff. Ich sage. Ciao, Julia. Habt alle einen wunderschönen Abends und, ähm, hör auf zu weinen. Du, du Frau. Holt ihr uns ins Jackenpäschchen hier. Das geht gar nicht. Ein bisschen mehr Positivität hier. Okay. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Oh. Ja. ührende Ahn. und Und